Lieber bringe ich mich hier um, als dass ich dann da hingehe. Weil, wenn ich da bin, was soll ich da machen? Da kann man auch nichts machen. Man wird dann da voll missbraucht und so. Man lebt dann auf der Straße. Ja, also 2012 haben wir so eine Abschiebung bekommen. Dann haben wir einen Herthaverkommissionantrag gestellt. Dann hatten wir so zwei Jahre Zeit. Also die haben uns dann so zusammen beobachtet, ob wir zur Schule gegangen sind und ob meine Eltern Arbeit gefunden haben. Aber irgendwie ließ das nicht gut. Und ja, danach haben wir irgendwie erschienen, dass wir gehen müssen. Mein Vater hatte auch eigentlich eine Arbeit. Aber dadurch, dass wir jetzt keinen Aufenthalt mehr haben, hat er keinen Arbeit mehr gemacht. Also meine Eltern sind 1999 hergekommen. Also aus dem Kosovo. So als Flüchtlinge. Und dann, ja, haben sie Duldung bekommen. Ja, ich habe noch fünf Geschwister. Meine ältere Schwester. Sie ist mit acht Monaten hierher gekommen. Sonst die anderen sind alle hier in Göttingenburg. Nein, ich spreche keine Elbe auch nicht. Ich verstehe allgemein die Sprachen da unten in diesem Balkan gar nicht. Ja, ich bin gerade auf einer berufsbildenden Schule. Das ist die BWS 2. Dann mache ich gerade mit dem Hauptschulabschluss. Früher bin ich nie hingegangen. Aber jetzt bleibt es gut. Ich bin sozusagen eine der Beste aus der Klasse. Ich bin auch zur Klassensprecherin gewählt worden. Zurzeit mache ich also Praktikum. Also in einer Bäckerei. Und wenn ich möchte, kann ich dann da auch eine Ausbildungsstelle haben. Also das Tatsachstück, das bedeutet mir persönlich sehr viel. Das ist für mich auch Ablenkung. Und dann bin ich da mit vielen anderen Leuten. Ja, wir warten erst auf dieses Gericht in Göttingenburg. Ob wir überhaupt so einen Antrag stellen dürfen, wenn wir das machen können. Danach haben wir halt schon nochmal ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, zu beweisen, dass wir jetzt so gut sind. Und wenn nicht, dann müssen wir halt mit dem Kosovo. Ich verstehe das gar nicht. Wie kann man einen Menschen abschieben und sagen, du gehst dann in deine Heimat. Aber das ist doch gar nicht meine Heimat. Ich meine, ich bin hier geboren und dann heißt es ja, dass es hier meine Heimat ist. Ich weiß nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020